Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Wunschvideo. Bevor ich jetzt gleich aber über die Unterdeck-Offiziere einmal spreche, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonnier den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und bevor ich anfange, noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die bisher und jetzt gerade auch wieder meinen Kanal unterstützt haben. Gerade mit dem neuen Erzählbogen nächste Woche kann ich jede Unterstützung gebrauchen, die ich bekomme. Deshalb auch noch mal für gestern vielen Dank. Ich denke, es muss keine große Unterstützung sein. Ich bin für jede dankbar und deshalb erwähne ich das auch, weil es kommt nicht darauf an, wie viel. Aber es zeigt mir natürlich auch, das ist ein Weg, mir zu zeigen, wie sehr ihr meine Arbeit schätzt und dass ihr wollt, dass ich weitermache. Und deswegen bin ich auch dafür dankbar. Deswegen, wenn du auch mal darüber nachgedacht hast, schau einfach in den angepinnten Kommentar, da findest du unter anderem auch eine Information, wie man meine Arbeit unterstützen kann. Aber ich bin allen, die auf irgendwelche Art zeigen, dass die meine Arbeit wertschätzen, sehr, sehr dankbar. Die Hater gibt es überall, das wissen wir, aber die weiß ich zu ignorieren. Dafür bin ich lang genug auf YouTube. Aber für die, die tatsächlich gerne meine Videos schauen und dann auch die Möglichkeit nutzen, sich Videos zu wünschen, ist eben das heutige Video mal wieder. Ich habe in den letzten Tagen ja schon ein paar Wunschvideos gemacht und es kam auch die Frage, könntest du mal über die Unterdeckoffiziere reden und welche sind das so? Und was für Fähigkeiten haben die so im Allgemeinen? Und deswegen habe ich jetzt einmal auf meiner Crozier, also meinem neuen Spielzeug, einmal das Schiff aufgemacht und da siehst du eben die Crew. Auf der Brücke, über Brückenoffiziere und Brückencrews haben wir viel gesprochen, da kennst du dich ja aus. Aber darunter siehst du eben das Unterdeck und da siehst du eben auch, dass man die Level auch freischalten muss mit dem Upgraden der Schiffe. Und das war noch ein Grund, warum ich die Crozier genommen habe, weil du siehst, dass ich noch mehrere Level freischalten muss. Und dass die nächsten Level dann erst kommen, wenn das Schiff auf Level 20 ist, dann auf 35, dann 45 und dann auf 55. Und je mehr von diesen Slots ich freischalte, desto mehr an Unterdeckoffizieren kann ich einsetzen. Im Moment siehst du, kann ich zwei Unterdeckoffiziere einsetzen. Das ist eine meiner möglichen Loot-Crews, die du gerade siehst, also für Beute. Und deswegen ist das auch so ausgestattet. Wir wollen uns aber einmal die Unterdeckoffiziere als Ganzes anschauen. Und da können wir zu den Offizieren gehen und da gibt es ja diese schöne Sortierung. Und da kann man eben auch nach Unterdeckfähigkeiten sortieren. Und du siehst dann oben alle Unterdeckoffiziere. Ich scrolle jetzt einmal dahin, wo das aufhört, weil du dann siehst, die Offiziere haben ja verschiedene Markierungen, ob das Kommandooffiziere sind, Wissenschaftsoffiziere oder Ingenieure. Und bei den Unterdeckoffizieren siehst du, dass das Zeichen dann in schwarz ist und weiß unterlegt. Darunter bei 7x8, 8x11 und so weiter, siehst du, die haben nur die normalen Zeichen dann in weiß ohne Hintergrund. Das sind dann Offiziere ohne Unterdeckfähigkeit. Aber darüber, alle mit dem schwarzen Zeichen auf dem weißen Hintergrund, das sind deine Unterdeckoffiziere. Und die kann man eben auch hier so sortieren, um zu sehen, welche man schon hat. Normalerweise bei der Sortierung werden dann oben immer nur die angezeigt, die man schon hat. Bei mir ist glücklicherweise, wenn ich nach ganz unten scrolle, der Fall, dass ich dir tatsächlich alle Unterdeckoffiziere zeigen kann, weil du siehst die drei, die mir fehlen und leider immer noch zwei Teile bei Sam Kirk. Ich konnte nicht genug Material ausgeben bei dem Event, wo es jetzt noch welche gab. Da habe ich ihn also nicht ganz fertig gekriegt. Aber das heißt, oben kann ich alle Unterdeckoffiziere zeigen, die es gibt. Und die haben dann eben ganz unterschiedliche Unterdeckfähigkeiten, die dann aber nur funktionieren, wenn du sie auch im Schiff unter Deck packst. Also wenn einer auf der Brücke ist, hat er keine Unterdeckfähigkeit. Aber es sind Unterdeckfähigkeiten, die ich ganz gerne nutze. Und zwar sehr verschiedene. Einmal zum Beispiel haben wir Alonzo Freeman. Der hat keinen Kapitänsmanöver. Das ist normal bei den Unterdeckoffizieren. Aber er hat eben dann eine Offiziersfähigkeit, eine Unterdeckfähigkeit. Und in dem Fall sind es die Kriegsgeschichten. Und er erhöht die Basismenge an positiven Ruf der Föderation der Romulaner und der Klingonen, die man durch das Besiegen der Feinde bekommt, um 20%. Und das ist etwas, was ich einsetze. Wenn ich also meine großen Grinds mache, und das mache ich im Moment für die Föderation, um die auch zum nächsten Lock zu bekommen, dann packe ich definitiv Alonzo Freeman unter Deck. Mein Schiff hält lange aus. Und wenn ich wirklich das konzentriert mache, packe ich meine Basis in das System, sodass es mir eigentlich wurscht ist, wie oft ich das Schiff reparieren muss. Hauptsache, ich kriege so viel Ruf wie möglich. Also gehe ich in ein System mit hohem Level und packe meine Basis da hin. Und dann packe ich meine Exos auch noch rein, habe aber die passende Crew an Bord für den Ruf und dann haue ich da drauf. Und da ist eben Alonzo mit dabei, aufgrund dieser Fähigkeit. Und da wir gerade bei Beute waren, springe ich mal einmal kurz zum Doktor, denn der ist für Beute nämlich der Mann unter Deck. Der vermehrt nämlich alle Ressourcen, die man über Feinde bekommt, um 20%. Den habe ich bei jeder Loot-Crew unter Deck dabei. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Fähigkeiten. Andy Billups benutze ich jetzt nicht unter Deck, weil er zu einer der guten PvP-Crews gehört, aber man könnte es tun, weil er nämlich auch noch isolitische Verteidigung bringen kann, wenn er unter Deck ist. Das war ja die Geschichte, die ich bei Andy Billups selbst erzählt habe. Als PvP-Crew gehört er auf einen Abfangjäger, auf die Brücke. Aber wenn man zum Beispiel die Abfangjäger-Crew gar nicht komplett hat, kann man ihn benutzen, um die Kampfschiff-Crew unter Deck zu verstärken. Denn die PvP-Crew für Kampfschiffe bringt ja das Brennen und er bringt dann eben 40% isolitische Verteidigung auf einem Kampfschiff. Das heißt, da kann man Billups dann nochmal einsetzen. Dann gibt es die, die man ganz früh hat, wie Badgie. Der bringt halt generell einfach eine Kampffähigkeit unter Deck mit, weil er den Panzerungsdurchbruch, den Schilddurchbruch und die Treffsicherheit um 45% erhöht. So kann man halt seine Kampffähigkeiten ganz generell stärken. Und Badgie wird man sehr früh haben. Es gibt Offiziere, die ich sehr viel einsetze. Es gibt wieder Offiziere, die ich weniger einsetze. Weil ich jetzt alle habe, habe ich die Auswahl. Aber das Schöne ist, dass du manche Unterdeck-Offiziere sehr früh bekommst und die dann auch einsetzen kannst, bis du dann die Besseren hast. Also das ändert sich schon mit der Zeit, welche ich einsetze. Es gibt aber auch welche, die du aus einem ganz bestimmten Grund zum Beispiel Unterdeck einsetzen willst. Wenn du zum Beispiel, wie bei Belana, Hüllenbruch brauchst. Also nicht gegen Spieler, aber gegen Nichtspielerfeinde und Armadas. Wenn du dann auch einen Hüllenbruch mithaben willst, aber deine Brückencrew das eben nicht bringt, obwohl Belana eine gute Armada-Crew-Offizierin ist, also die man gut in einer Armada-Crew einsetzen kann. Aber selbst wenn du eine andere Armada-Crew benutzt, sagen wir mal, du benutzt Cisco, kannst du immer noch Belana unter Deck packen und auch noch zusätzlich den Hüllenbruch mitbringen. Ganz besonders wichtig wird das zum Beispiel bei Desok, wenn du an den Punkt ankommst, wo du gegen Cindy Armadas antrittst. Denn der bringt Assimilieren, das ist ja der vierte Status, nach Hüllenbruch, Moral und Brennen, gibt es ja noch Assimilieren. Und das musst du ja neben dem Brennen unbedingt dabei haben, wenn du gegen Cindy Armadas kämpfst. Und da habe ich dann immer Desok unter Deck mit dabei, weil er mir das Assimilieren bringt, was ich brauche bei den Cindy Armadas. Wenn man das Assimilieren gegen Feinde oder Spieler einsetzen will, kann man Desok dann auch wunderbar mit anderen kombinieren, zum Beispiel mit der Borgkönigin, die eben noch eine Fähigkeit hat, wenn dort Assimilieren ist, erhöht sie nämlich den Panzerungsdurchbruch, Schilddurchbruch und Treffsicherheit. Dann kannst du also Desok und die Borgkönigin unter Deck kombinieren. Und Gossa geht dann auch noch dazu. Aber ich will auch gar nicht zu viel in die Details reingehen. Ich wollte ja nur einmal die verschiedenen Arten von Offizieren zeigen. Für andere Stati habe ich dann zum Beispiel noch Harry Kim. Der kann Moral mitbringen von unter Deck, wenn du es auf der Brücke nicht haben kannst. Und Neelix ist dann auch noch einer von denen, der einen Status bringt. Aber es gibt dann auch wiederum Spieler, die wie Gallena zum Beispiel, die helfen dir wieder ganz besonders bei verschiedenen Beutegeschichten. Aber hier nur sehr spezielle Geschichten. Gallena bringt nämlich eine Steigerung von aktianischem Gift, wenn du mit der Mentis zum Beispiel unterwegs bist und jagst. Oder eben diese in Erden Nanosonnen, wenn du mit deiner Talios oder mit deiner Wida unterwegs bist. Dann kannst du Gallena unter Deck einsetzen. Dann haben wir das gleiche für die Sindis, wenn du Trip Tucker einsetzt. Jetzt müssen wir eben runterscrollen. Nicht die Sindis, für die Herogen und Spezies 8472. Da kannst du Trip Tucker unter Deck wunderbar einsetzen. Mache ich immer, wenn ich die Voyager benutze, um die Spezies 8472 Beute einzusammeln zum Beispiel. Aber es gibt dann auch welche, die ganz normal einfach nur deinen Fracht oder auf deinen Minenschiffen unterwegs sein können, wie T'Pol. T'Pol zum Beispiel erhöht die Erzabbaugeschwindigkeit um 50%. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich schon viel zu viel über einzelne Offiziere gesprochen. Aber alle diese Offiziere haben ihre eigenen Fähigkeiten. Und du kannst für jede Sache, die du gerade im Spiel machen willst, dir dann tatsächlich Offiziere aussuchen unter Deck. Als ich das Spiel angefangen habe, gab es die nicht. Und ich glaube, auf meinen ersten zwei Servern, wo ich gespielt habe, gab es keine Unterdeck-Offiziere. Da hat man nur Offiziere unter Deck gepackt, die so stark sind wie möglich, um eben Angriff, Verteidigung und Hülle des Schiffes zu verstärken. Aber die hatten keine Fähigkeiten. Also, die haben nichts Zusätzliches zum Schiff gebracht, außer eben deine Werte hochzubringen. Und seit sie die Unterdeck-Offiziere eingeführt haben, hat man hier tatsächlich die große Auswahl, sich noch zusätzliche Fähigkeiten mit an Bord zu nehmen. Ich habe ja über einige der Offiziere schon einzeln gesprochen. Und wie zum Beispiel Miles O'Brien, der hat ja eben die Erhöhung der Warp-Geschwindigkeit, die manchmal extrem hilfreich ist, wenn man noch rechtzeitig zu einer Armada kommen will oder sowas. Und all diese Fähigkeiten werden aktiv, wenn du die in einen freien Slot unter Deck packst. Natürlich gibt es auch PvP-Offiziere. Dazu gehören Dr. Theana, dazu gehört Seven of Nine, dazu gehört Odo, zum Beispiel hier mit seiner, der den kritischen Trefferschaden um 25% gegen alle erhöht. Damit ist er natürlich auch geeignet für PvP. Aber dann haben wir auch noch Kira Nerys, die ich jetzt gerade wahrscheinlich schon lange übersprungen habe. Genau, Kira Nerys, die hast du ja gesehen, oder die habe ich noch erwähnt bei der PvP-Crew, durch ihre Guerilla-Strategie und so weiter. Also du hast für jeden Zweck Unterdeck-Offiziere dabei. Sei es zum Abbauen, sei es für die Beute bei verschiedenen Feinden, sei es für isolytische Geschichten. Dann hast du Ju, der ist der beste Offizier unter Deck, für kritische Treffer, um die zu verbessern. Dann hast du welche für kritischen Schaden. Dann hast du welche für isolytischen Angriff. Du hast welche für isolytische Verteidigung. Also ignoriere auf keinen Fall deine Unterdeck-Crew. Und wie gesagt, du erkennst an dem Symbol sofort, ist das jemand, der Unterdeck-Fähigkeiten hat. Und du kannst natürlich dann auch noch zusätzlich hier sortieren, indem du den isolytischen Schaden einfach nur eingibst. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Sortierding. Und da siehst du dann, wenn du Unterdeck-Fähigkeit als Hauptsortierung hast und dann dieses neue Sortiersystem mitbenutzt, hast du jetzt alle Offiziere, die Unterdeck-Fähigkeiten haben. Also als erstes, es werden ja alle aufgelistet, aber als erstes kommen die Unterdeck-Offiziere und alle, die mit isolytischen Schaden zu tun haben. Das ist nicht zwangsweise immer deren Unterdeck-Fähigkeit, aber das findet man ja schnell raus, so viele sind es nicht. Denn Seven of Nine zum Beispiel hat dann eben den isolytischen Kaskadenschaden gegen andere Spieler. Deswegen ist Seven of Nine auch ein sehr guter PvP-Offizier und da bist du eben in diesem isolytischen Bereich. Und das kannst du hier halt eben auch schön sortieren. Dann kannst du natürlich Frachtkapazität zum Beispiel dir sortieren. Da dürftest du mit La'an ganz gut laufen. Die erhöht die Gasabbaugeschwindigkeit. Die Kapazität der Fracht kommt jetzt über ihre Offizierfähigkeit. Aber das kann man trotzdem schneller nachschauen, wenn man nach was Bestimmten sucht, indem man diese Sortiergeschichten benutzt. Und hier siehst du La'an und die maximale Schiffsfracht um 30% erhöht. Das kommt von ihrer Unterdeck-Fähigkeit. Also findest du für alles, was du brauchst, sicherlich eine Unterdeck-Fähigkeit mit der Zeit. Wenn du alle Unterdeck-Offiziere hast, die es gibt, hast du eine Riesenauswahl. Das wird natürlich dauern. Es sind einige Offiziere dabei, die habe ich extrem früh gehabt. Es sind einige Offiziere dabei, die habe ich erst sehr spät gehabt. Es kommen ja auch im Moment immer neue dazu mit Unterdeck-Fähigkeiten. Aber auch Badgie, den du sehr früh haben wirst, das habe ich schon gesagt, oder Brad Boimler, sind schon hilfreich, wenn du sie bekommst. Also auf meinem Level 12 Account habe ich Badgie und Boimler schon. Und die setze ich dann auch ein. Und gerade wenn du mal so Brian früh bekommst, setze ihn ein für deine Warp-Geschwindigkeit. Also ignoriere das nicht. Und wie gesagt, du findest sie alle einfach über das Symbol unten links bei jedem mit dem weißen Hintergrund und dem schwarzen Symbol. Da siehst du sofort, dieser Offizier hat Unterdeck-Fähigkeiten und dann kannst du nachschauen, was die so können. Macht jetzt keinen Sinn, ich habe eigentlich schon zu viele Offiziere angeklickt. Macht keinen Sinn, die alle einmal durchzugehen, weil es einfach völliger Informations-Overflow ist. Aber ich wollte, weil es ja auch gewünscht war, einmal diesen Überblick geben. Du kannst hier bei mir eben einmal sehen, welche Offiziere haben überhaupt alle Unterdeck-Fähigkeiten, denn ich habe alle Offiziere, die im Moment Unterdeck-Fähigkeiten haben. Und dann kannst du schauen, wen hast du, wen kannst du wie einsetzen, aber setze sie auf jeden Fall ein. Weil der Einsatz ist tatsächlich extrem wichtig und bringt dir einen zusätzlichen Push für dein Gameplay. Also ignoriere die Unterdeck-Offiziere nicht. Natürlich, wenn noch jemand was hinzufügen möchte zu den Unterdeck-Offizieren, immer gerne in die Kommentare, denn ich sage ja immer, ich bringe hier nur meine Erfahrungen als Spieler ein aus den letzten Jahren und alle anderen Erfahrungen anderer Spieler, die das schon länger spielen, sind immer sehr willkommen in den Kommentaren. Aber auch, wenn du Fragen hast oder eben Video-Wünsche, du siehst ja, ich lese dich regelmäßig und erfülle dann auch Video-Wünsche, sobald ich kann. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.